Soooo Jetzt sind wir doch wieder knapp bei Kasse Warum sind wir immer knapp bei Kasse? Das ist keine gute Sache Hier habe ich auch noch 2 Ach Alles bereits Du willst doch Na jetzt komm mir Kauf mir ein paar Schiffe ab Oh Ja Ja Schiff vom Stapel gelaufen No, jetzt nimm es doch an Sir Archibald Black Ja, vielen Dank So Lotto bereit Ok Die Lager sind voll Ok So, genau Da bin ich grad stehen geblieben So Und hier bei den... Ah, ich glaube es sind 3 Felder Oder ne, ich glaube es sind nur 2 Doch 3 passt So Seid ihr auch ein bisschen besser dabei? Dann brauchten wir... Ich gehe sozusagen in Vorleistung Ok Oh Gut, dass du das sagst Wir sind nämlich immer wieder pleite Ja Sieh ignorant Ja Ich bin da aber gar kein Geld Nein Sir Archibald So Oh Ihre Majestät Neue Befehle? Oh Hm Ich biete Ihnen... So Und da kommen nochmal 2 an Und da kommen nochmal 2 an Die werden auch gleich verkauft Sehen Sie? Hm In die Takelage Ihre Majestät ist... Hervorragend Genau Genau Da fehlen jetzt ein paar Kanonen Offenbar So Wie weit, denken Sie? Werden Sie es mit Nachsicht bringen? Wohl nicht Schauen wir mal Ach, jetzt hab ich die Holzer hier oben Genau Das muss ich hier wieder ausbauen Oder baue ich einfach mal wieder aus So Dann hatten wir Hier glaube ich den Marktplatz hingestellt Den platziere ich da auch einfach wieder So Ah Können wir wieder ein bisschen schneller machen So Das Käse So Hm Und hier Ist das gleich Fertig ausgebaut Muss ich mir da keine Gedanken mehr drum machen Ah ja Und ähm Hier Hatte ich dann ja noch Ein Wirtshaus So Könnte schlimmer sein Hm Ah ja, ich bekomme auch noch hier oben eins Wir wollen kein Ärger Das Hoffe ich doch Ah, was wollte ich denn jetzt tun? Ah ja Genau Die Kartoffeln Was ist mit den Kartoffeln? Das Lager ist voll Ah I see that problem Die Waffenruhe wurde beendet Ich glaube einen zweiten Clipper hatte ich jetzt gerade gar nicht mehr, oder? Ich glaube nicht Nö Aber das ist da auch tatsächlich gerade nicht so schlimm, dass ich das nicht habe So Dann baue ich mir da einfach ein Und hier baue ich mir einfach noch mehr So So Genau Euch fehlt jetzt mal wieder an Hopfen Und hier standardmäßig an Kartoffeln Genau Die ist einfach nicht gedeckt Genau Da frage ich 16 nach Und Okay Okay Wie viele Kartoffeln werden hier unten produziert? 12 Das ist doch zu wenig 12 ist zu wenig So Dann können wir jetzt hier auch einen Weg Ah Dann mache ich nur einfach einen Feldweg Dann können wir hier einen hochziehen, damit wir hier an die Minen kommen Ein Hof ohne Felder? Mhm Das dachte ich mir ist der neueste Streich So, und dann bauen wir hier einfach einen Weg über Dann kann jetzt nämlich hier alles voll gebaut werden Wobei Wobei Ahja, jetzt sind wir bei 15 Das ist ja immer noch zu wenig Bauen wir auf jeden Fall noch Ach, wir bauen zwei erstmal Für den Anfang Einmal hier Und Das So Wir stecken hier viel Herzblut rein Volles Lager Ach du bist überlastet Hm, na Lager aus So Schiff vom Stapel gelaufen Warum bin ich denn immer noch so doll in der Miese Achtung Admiral anwesenden Ich träume von mehr Das sind glaube ich tatsächlich die Mäntel Ja Die Mäntel sind ein großes Problem So Hier ist kein Platz mehr Ja, das dachte ich mir Hm Genau, hier haben wir noch ein Depot Das stelle ich hier auf jeden Fall hin Und Haben wir es jetzt hier Vier Und vier Nachfrage Gut Na, ist ja egal wie rum es steht Naja, das wollte ich gar nicht bauen Äh Ist egal So Genau, da haben wir die Und dann bauen wir hier noch einen weiteren Ich kann nirgends hin damit Jetzt müssten wir dann ja Genau Achso Ich kann nirgends hin damit Oh, jetzt ist das Geld schon wieder weg, was ist denn hier los? Schiff vom Stapel gelaufen Na, jetzt nimmt mir dieses Schiff da ab So Das kann ich auch gleich verkaufen Um zu trauen wäre äußerst leichtsinnig Das ist richtig So Tadadada Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet Machen wir mal so, vielleicht verkauft uns ja irgendwer was Schrecken der See? Ich habe schon Schlimmeres gehört Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben Oh ja, was haben wir denn? Für ein kriecherischer Wicht sie doch sind Mh Ein richtig kriecherischer Wicht bin ich So Warum so gemein? Ah Weil ich das brauche Immer noch derselbe alte Bock mischt Ich weiß Es tut mir auch leid Schlag es aus, wenn du dich auch nach dem Tod sehst Ach, jetzt ist das die Harlow wieder Mein Vater hätte das nicht gewollt, aber der Ja Da lass mich doch in Frieden Alles nicht so einfach Ja Uns fehlen Waren Schiff unter Beschuss Schiff unter Beschuss Schiff unter Beschuss Hier Pelz Also Baumwolle nicht einfach dann auch Die Flammen sind außer Kontrolle Äh Hier In der alten Welt Welch höchst Nutzen kann Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert Mh Ein O Ein Schiff wurde zerstört Oh Ach Das wollte ich aber eigentlich verkaufen, glaube ich Oder? Ha Ne, das wollte ich nicht verkaufen Ähm Naja Genau Schweine haben wir jetzt genug Dann Brauchen wir So was hier Eine Vasenmeisterei Mhm Schiff unter Beschuss Ich glaube wir brauchen noch eine Wie ist jetzt hier so Hier ist Passt's Hier passt's jetzt auch Schiff vom Stapel gelaufen Oh Hat man denn hier nie seine Ruhe Hat man nie seine Ruhe Hat man nie seine Ruhe Ein Schiff wurde zerstört Das ist ganz bisschen frustrierend Alles bereits Schiff unter Beschuss Ich hoffe du kommst an Nein, du kommst nicht an Konkurrenten sind eine Allianz eingegangen Jedwede Unterstützung vermag es, die Kreise ihrer Majestät zu beeinflussen Ich hab leider nichts zum Zerstören Verkenden Sie nicht anderer Leuts Zeit Gebäude wurden zum Raub der Flammen Ein Schiff wurde zerstört Ich weiß auch echt nicht woran sie jetzt Na gut ich weiß schon es Habert stark an den Elzen hier Schiff vom Stapel gelaufen Die sind aktuell ein großes Problem Ich glaub da schenke ich jetzt auch gleich erstmal das Linienschiff hier los Um sich darum zu kümmern Um sich darum zu kümmern Das wird zumindest von den Piraten nicht so schnell versenkt So, wo bist du und da bist du Aber es dauert halt lange Weil es insgesamt einfach echt langsam ist Ich So Aber dich weise ich dann jetzt hier einfach mal zu Wo haben wir dich? Da haben wir dich Ah ne Wo bist du? Du bist bald da Naja 7% schneller ist ja schon mal was Z.B. ix 3% So, das kannst du Wegpacken und du nimmst das mit So, haben wir hier noch irgendwas anderes Für Schiffe Bewegungsgeschwindigkeit irgendjemand Schaden pro Schutz, Bewegungsgeschwindigkeit, das nehmen wir auch Oh, und das nehmen wir auch So, und du gehst dann auf diese Route Genau, jetzt steig doch hier, jawohl Ah ja, die produzieren glaube ich immer noch auf So Okay Das ist blöd Oh, hier oben hat's gebrannt Icy So Wollt ihr nicht? Achso, weil wir jetzt kein Holz haben Icy, Icy Na gut Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal Ob wir es jetzt diesmal überstehen Ich mein, wir haben ja immer noch ne Stunde Frieden Nicht bevor wir kriegen, was uns zusteht Ja, okay So Du findest, das war ein Sturm? Das war nichts Na, ich würde auch nicht sagen, dass es ein Sturm war Das ist einfach nur extrem nervig Oh ja So, und du machst das Und dann ist jetzt erstmal wieder Bala Alles So ausgestattet, wie ich mir das vorstelle Genau, du brauchst gleich noch ein weiteres Und dann schauen wir einfach mal in der nächsten Folge Wie es wieder hier weitergeht bei Anno 1800 Bis dahin, macht es gut Bedrohung Bedrohung